Glaubst du da? Siehste, jetzt bist du wieder viel lauter. Die Nimmons. Ich schwöre, ich hab nichts gemacht. Hörst du, hörst du das? Shoot, shoot! Ja. Die ist jetzt wieder viel lauter. Ja. Das wäre einfach so lustig, wenn das nur bei dir wäre. Ich mach dich jetzt hier einfach leise, wenn, dann hörst du dich halt in der Lobby nicht. Jetzt hast du schon keine Lust mehr. Das ist eigentlich nicht so lustig, aber... Fuck. Scheiße, ich war noch nicht. Das war der Gehandel, als ich nachgedacht habe. Oh, nein, 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 nein! Oh, nein, 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 nein! Wie macht's Okay, ich glaube das ist jetzt um 20 Dezibel runtergeschraubt Oh, sorry Und du bist ja der Lobby, da wieder so leise, dass ich wieder getun verstehe Wie reicht da Du musst das wie mit DVD machen, am ersten Tag durchspielen Oh, wasser? Oh, wasser? Okay, die Portos ist irgendwo zu mähen. Was DPD ist auf Eis gelegt, na gut, das spielt ja auch niemand mehr. Das stimmt doch gar nicht. Was, wer spielt denn DPD? Ich. Wann denn? Jetzt? Ich kann mir den mal jemanden vom Hals nennen, äh, schnitt mal nicht hin, oder? Aber man muss das ist nervös. Da kann was quietschen das. Ich sag's glaube ich noch nicht einmal an den Jey. Wir wissen, dass du verhäul bist. Oh, die ist doch schon wieder weg. Ich hab grad aufgeschrieben. Ich hab grad aufgeschrieben. Ich hab grad aufgeschrieben. Ach, das hat nichts mit dir zu tun. Bitte nicht in die Killer Shack. Ich hab grad aufgeschrieben. Ich hab grad aufgeschrieben. Oh, okay, ich bitte verpiss dich. Nicht zu. Lass dich mir ganz zart berühren. Ja. Du bist so warm. Ich bin in der Killer Shack. Was feiert er sich so, er steht erstmal eine halbe stunde hinter uns ein T-Pack. Was morgen versuche ich mal auf den Killerrunden, na dran. Sie hat von mir abgelassen. Meine Aufgabe habe ich jetzt auch durch. Geh! Aaaaaaah! Die spinnen im Main, zur Not. Ja, die kommen zum Main. Oh fuck, hier hinten. Also bei Main und nebenan ziemlich weit am Rand, das ist dann auch klar noch eher noch. Also das sind zwei auf dem Haufen. Dann machen wir ein zweiter Gem etwas weiter, also dabei Klasche in der Nähe. Okay. Na siehste, da kannst du doch morgen gleich nochmal dbd zocken, also twins zocken. Du machst toll, ich versteck mich, okay? Oder so. Das ist, wenn du jetzt jeden Tag 1, 2, 3, 4, 12, 14 Stunden Killer trainierst. Und nimm zum Beispiel nur denselben Killer. Irgendwann kannst du den einfach richtig gut. Hey, werden sie mal nicht so turksisch, junge Frau. Oh. 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 Untertitelung des ZDF, 2020